Der guckt da nicht weg! Im, im, im! Wegschauen! Jawoll! Ja, der hat's halt drauf, der kann gerne. So! Jetzt aber diesmal nicht slippen. So, und es wird auch wieder scheiße hier. Oh Gott! Oh, mein Herz! Amnesia auch! Ja, das ist ja schlimmer als Amnesia. Mach mal einen Quicksafe! Oh, Glück hatte ich. Gott sei Dank, ey. Ich könnte aber schwören, ich muss jetzt da trotzdem nochmal hoch. Oder oben ist nämlich Money! Ja, aber jetzt hast du wirklich den ganzen Weg. Fand ich mal. Ja, jetzt ist das nächste. Sehr Dank. Hey, wo war ich? Genau, ich muss jetzt da rüber. Somebody get me! Ich versteh nicht, was das soll. Das hatte ich noch nie, bis der hier so unstimmt. Ah, ich hast nämlich das an so einem Abgrund immer mit Tastatur zu laufen. Das ist ein bisschen... Ja, schwer. Gerade wenn es hier noch so... Ja, sehr schön. Gott sei Dank. Hey, I'm here! Hurry up! Pick me up, shithead! Jules! Jules! Raffin' all the way to the bed! Hoi! Sooo! Das ist ein Kreuzbrechen hier, ey! Egal, das ist ein Eichhörnchen, du musst es aushalten. Na ja, immerhin. Jetzt muss ich ihm auf ihn mal seine Zahnräder wieder bringen und wie gesagt, das ist eine sehr, sehr perverse Stelle. Ich bin gegen so eine Perversion absolut. Ich bin gegen so eine Perversion absolut. Ich finde sowas sexistisch absolut unverantwortlich und politisch nicht korrekt. Deine Nase wächst, Daniel. So. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine hoffe ich. Es hat einen Grund, dass die so einen schönen Mund haben, ja. Hilfe! 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 So. Auf deinen Platz, junge Dame. Dominus erwarte ich heute Abend auch von dir. Oh, nein! Hey, oh, oh die hell! Come on, put it on, Tripp! Put it on, I like it like that! Oh, oh, oh! Oh, fan-f***ing-gestic! Oh, hang on, I think I got it on the runway ramp. Blatt-booger, you up! What you doing? Ah, f***! Das wird ja noch besser. Weil der, der Große schaut auch nicht richtig, äh... Der schaut lustig aus. Das hat auch seinen Grund. Ja. Ah, guck mal dieses hin und her! Das ist ein Jump'n'Run, was erwartest du? Wieso läuft wieder so? Hä? Die legen mich so auf. Pff-hoogel, das ist ein Jump'n'Run! Ich hin- Es wird ja noch... Der, der gewissen Ei- drauf geht runter! Ich verstehe auch nicht, ja, mal das mit euch ... UND P-h-ha-h-ha-h-, Ich glaube, die Kinder sind aber recht alt, oder? Was ist das alt? Die, die, die... Die Zahnräder. Also, wenn das jetzt menschliche Frauen wären, ich mein, sozusagen... Das sind ja relativ keine Jungen. Also, deswegen macht's das Ganze ein bisschen weniger attraktiv. Ja, mhm, mhm. Sei ruhig! Oh, nein! Ja, komm! Eines noch! Ja! Wie gesagt, Ponga war ursprünglich mal ein Kinderspiel. Aber so gut, dass ich's geändert habe, glaube ich. Ursprünglich, ja. Das ist, glaube ich, sogar in den Top 100 der besten Nintendo Games ever. Also nicht nur Nintendo 64, sondern Nintendo Games. Aus gutem Grund. Die Kinder spielt für Erwachsene. Ich krieg dich noch, du blöde Frau. Jetzt! Wieso habe ich gesehen, nochmal B zu drücken? So, hab dich! Auf die Fresse! Help! 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 So, nachdem wir das haben, glaube ich... ...und ein B zu drücken... ...und ein B zu drücken... ...und ein B zu drücken... ...und ein B zu drücken. Wir haben ja hier vier Parts. Ich glaube das wäre mit dem Analogstick auch einfacher. Ah ok. Nop, so, genau. Du bist so süß. Ich kann mich nicht mehr auf dem Ding! Oh no, hey you, oh ah, oh, twatting shite, that's just it right up my I do to go ladies, we are free at last, to exact our revenge on this evil cock, grab him Oh, I'll betray Mickey What is this? Oh no, not mister big cock Das ist mir, Bocker. Ich bin aus hier. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich finde es eher lecker. Danke, Mr. Squirrel. Oh, mein Pleisuer. Ja, und ich denke, dass du dein Problem aus dem Ausland hat sich nicht gut geholfen. Oh, cool. Now, good day to you, Sir. Toffee-Nail-Snob. Danke, Mr. Squirrel. Come on, ladies. It's the Caribbean Falls.